Hallo liebe Chemieinteressierte, herzlich willkommen zum Video Lewis-Formeln Teil 7. In diesem Video werden wir uns mit Problemfällen befassen, mit bestimmten Molekülen, die etwas aus der Reihe tanzen. Bisher haben wir normale Teilchen betrachtet, die unseren Strukturvorstellungen entsprachen, wie das Chlormolekül mit schönen gepaarten Elektronen. In der Mitte durch den grünen Pfeil dargestellt, haben wir ein Bindungselektronenpaar und an der Seite rechts durch den roten Pfeil dargestellt, ein einsames oder auch nicht bindendes Elektronenpaar. Also entsprach dieses Teilchen voll und ganz der 2-Elektronen-Regel. Jedes der Chloratome besitzt 4 Elektronenpaare durch Bindungsstriche dargestellt. Demzufolge entspricht das Chlormolekül auch voll und ganz der Oktettregel. Jedes der beteiligten Chlorteilchen hat jetzt eine Edelgaskonfiguration erreicht. Es hat den gleichen elektronischen Aufbau wie das Argon-Atom. So weit, so gut. Aber jetzt kommt es. Wir werden nun einige böse Buben betrachten, die sich mit unseren bisherigen elektronischen Vorstellungen nicht mehr ohne weiteres beschreiben lassen. Nehmen wir zum Beispiel das Molekül mit der Summenformel H2SO4. Ihr habt es sicher erkannt. Es handelt sich um das Schwefelsäuremolekül. Um das Problem zu verstehen, müssen wir nun die Strukturformel des Moleküls zeichnen. Ich ordne zunächst das Schwefelatom in der Mitte an. Es wird umgeben von 4 Sauerstoffatomen. Warum ich das so tue, möchte ich nun erklären. Ihr benutzt dabei für die Erklärung am besten euer Periodensystem aus der Formelsammlung. Ihr findet dort in der sechsten Hauptgruppe zwei Eintragungen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause